Mit dem Vero S, dem rostfreien Nullpunktspannsystem der Firma Schunk, haben Sie eine einfache pneumatische Möglichkeit, um Ihre Rüstzeiten zu minimieren. Nach dem Beladen werden durch einfaches Entfernen des pneumatischen Drucks die Spannmodule per interner Federkraft verriegt. Vorrichtungen oder Werkstücke können innerhalb kürzester Zeit gewechselt werden. Aufwendiges Ausrichten entfällt durch mühgenaue Positionierung der Spannbolzen im Kreiskegel der Module. In Sekunden lassen sich Zwischenspannstationen spannen, um auf alle Modulstichmaße zu reduzieren. Werkstücke mit vormontierten Spannbolzen lassen sich dabei direkt spannen. Höchste Einzugs- und Spannkräfte garantieren Ihnen eine sichere und stabile Spannung durch den patentierten Eil- und Spannhub. Als zusätzliche Handlinghilfen dienen unsere Standardbolzen mit eingeschraubten Ringschrauben. undveyden leve. Untertitelung des ZDF, 2020